7. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Neuschnee von Christian Morgenstern Flockenflaumen zum ersten Mal zu prägen, mit des Schuhs geheimnisvoller Spur, einen ersten schmalen Pfad zu schrägen, durch des Schneefelds jungfräuliche Flur. Kindisch ist und köstlich soll ich beginnen, wenn der Wald dir um die Stirne rauscht oder mit bestrahlten Gletscherzinnen deine Seele leuchtende Grüße tauscht. Ende von Neuschnee von Christian Morgenstern EINF-Gesäk 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 Untertitelung des ZDF, 2020